10.10 Uhr, 10.10 Uhr in Leonberg. Wir sind mit der Location super zufrieden. Wir sind erstmals hier im Traumpalast in Leonberg mit der größten Leinwand der Welt. Ich glaube es sind 812 Quadratmeter. Es war sehr beeindruckend hier unseren Elo-Image-Film und unsere Elo-Kundenfilme begleitend zu sehen. Wir und unsere Partner haben das geschafft, dass wir hier ca. 300 Endkunden heute mit interessanten Fachvorträgen versorgen durften. Also die spannendsten Neuigkeiten bei den Veranstaltungen sind eigentlich für mich immer die Kundenvorträge, weil die wirklich zeigen, was man mit Elo machen kann, was man wirklich für Lösungen hinbekommt. Ich denke, was die Kunden hier hauptsächlich mitnehmen und erwarten, ist, dass man sich natürlich sehr intensiv austauschen kann, viele Informationen zu Neuerungen mitnimmt, auch für unsere Interessenten, die vor einer Entscheidung stehen, dass die nochmal die Möglichkeit haben, sich auch allgemein über die Lösungen zu informieren und vieles auch so nochmal mit in den Entscheidungsprozess mit einfließen lassen können. Der Umgang untereinander ist eigentlich geprägt von dem Thema, wir sind eine Partnerfamilie. Da ist auch immer der kurze Kommunikationsweg eigentlich das Beste. Deswegen auf Veranstaltungen miteinander reden, das zahlt sich aus. Generell eine durchweg gelungene Veranstaltung, draußen mit den Foodtrucks bei bestem Wetter. So macht eine Veranstaltung mit uns und unseren Partnern einfach nur Spaß. So machen wir das. Vielen Dank.